Es sieht aus, aber halb auch wie der normale Reaper. Und wenn ich ehrlich bin, ich finde es zwar richtig geil, wie das optisch aussieht, aber die irgendwie nerven mich diese Kerzen auf meiner Waffe. Und du musst dir vorstellen, links und rechts, so von bei meinem Bild in der Mitte, links und rechts hängen dann diese Waffen und ich sehe einfach die ganze blöden Kerzen leuchten. Und sogar wenn ich mich bewege, achte ich sogar darauf, ob das Feuer weniger wird und das Feuer sich bewegt. Das ist voll irritierend. Oh, wenn ich schon wieder die ganzen Bomben sehe. Oh, da ist er, da ist er, wo ist er? Ja, Mann. Ja. Ja, ich bring den Reaper gerade um. Warum? Warum? Warum seid ihr solche Missgeburten? Du dummes Miststück, bist du Mercy? Ne, boah, hast du Glück gehabt. Boah, diese Fotze hat mich geheilt und ist dann weg von mir gerannt und dann, aber der andere Reaper wurde auch von der Mercy geheilt. Boah, dieses Miststück, ey. Also unsere. Boah, Rache ist süßbescheiß, Reaper. Jetzt bist du dann Fettsack. Jetzt bist du dann, Russin. Boah, Mercy, ey. Ich hasse dich, du Miststück. Ich bin ja, 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 ich bin ja. Für mich gibt es gar nicht, ich bin ja. Oh, oh. Das ist das Ende. Fickle Trezor. ja das war auch gemacht aber ich hab sie vergeudet nichts zu und wo Shanghai Dracons und er hat nicht gehört warum ist das Tür von mir so scheiße, Mom? No Oh vor allem wenn Roadhog sich noch heilen kann, kannst du gar nichts gegen den machen oh jeig oh Gott ey oh unser Team ist so kacke ist der Fettsack hier? komm die Trazer ist auch nicht schlecht also vom Gegner haben wir verloren oh Gott naja ich bin Schadens ich bin Schadenstyp ich hab also meine Kategorie meines Charakters ist Schaden und ich hab die meisten Kills und die meisten Schaden also mir kann keiner was ich bin nicht schuld ich bin nicht schuld ich bin nicht schuld ja Tracer ist wieder drin alle jetzt alle wieder boah endlich ist Tracer mal tot jetzt ist er in einer Stahlfalle ich stehe in deiner Schuld ich stehe in deiner Schuld mit russin ist tot ja es gibt nur einen der fliegen kann also du kannst auch fliegen aber die wollte 100 pro superattacke machen und werden nicht so auf uns so gerade auf uns zugelaufen die schlampe ja mannen ja ich hab sie getötet ich weiß haha reaper komm doch tötet ihn tötet ihn ja mann ja ja die russen ja mann wer hätte es gedacht geile scheiße ja mehr als du 20 mindestens ich weiß nicht warum das ich finde das ist die karte ist die von die allerschlimmste auf der hier ja wenn du den punkt ist aber wenn der gegner den punkt hast dann hast du arschkarte gezogen ja sagt dass du bereits ich habe übrigens zehn der drei goldmedaillen also jetzt habe ich jetzt habe ich nicht nur eliminierung und schaden gegen helden sondern auch noch zielfortschritt kehl also ich bin jetzt gerade der gott des schaden fett sagt du bist dran euch schlösser denn die teilen was rüber ist da a wo ist mehr Ach, der Spacken hängt hier immer noch. So dummst du dir so rum? Wollen wir uns Rolltok fertig machen? Aber warte, Nettel hat jetzt auch die Russen bei. Ja, komm. Fetzlack ist tot. Die ist auch tot. Ja, Mann. Ja, ich hab's gesehen. Boah, damit kann man so gut äh, töten, ne? Ja. Wenn's Läcksch ist, Läcksch. Hey. Ja. Ich seh's. Ja. Oh, oh. Haha, Lusar. Ah, fuck, ey. Wow. Ich bin zum ersten Mal gestorben in dieser Runde. Und ich lebe wieder. Boah, fast. Ja. Ist so. Nee, doch mal nicht. Also der ist das heute noch mit dir besprochen. Dann sagt er aber, die Zeit. Für ne Stunde vorher. Ist das ok? Hilfe! Ja, Mann. Geht nicht, geht nicht. Ja, ja. Komm, soldier. Ja, Mann. Nein. Das Problem ist... Das Problem ist... Das Problem ist, was ist das Problem? Das Problem ist der Rufin, aber der Rufin ist tot. Der Rufin ist tot. Der Rufin ist tot. Der Rufin ist tot. Wir haben es gewonnen. Sieg, sieg, sieg. Oh, ich habe T4 für Techno Gold bekommen. Ich habe Eliminierung nicht mehr Gold. Was? Ja, jetzt will ich was sehen. Paaaaaah, der Wichser. Sweet! Sweet, sweet. Nein, die Runde war echt toll. Sweet dreams, aber die Runde war echt toll. Die Runde war echt geil. Die hat Spaß gemacht. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist schon wieder so... ...dementsprechend viele Punkte gab es jetzt auch. Weißt du, wofür es mal wieder Zeit wird? Doppeltes... Doppelte EP. Oh, ja, Mann. Am besten, wenn er nicht fest ist. Wie viele von den lilanen... 30? Wie viele von den lilanen Punkten hast du eigentlich wieder? 903.